Hier haben wir die echte Granie. Die Teile, die wir im Balkonkasten haben, heißen eigentlich Pelargonien, sind mit den Granien verwandt, sind alles Graniengewächse. Allerdings ganz genau genommen unterscheidet man zwischen Pelargonien und Granien. Und im Balkonkasten stehen Pelargonien. Detail ist schön. Es ist wichtig. Ich habe das circumventieben. Untertitelung des ZDF, 2020